Wo ich später hin will, Torboss. Ey, wir zocken, wie es kommt. Wir haben kein wirklich festes Ziel oder einen festen Plan. Außer eventuell da hinzugehen, wo viel los ist, wenn man da näher ist. Wie zum Beispiel Elektro oder Norden, Nordwest. Und ansonsten Leute finden und gucken, was passiert. So wie ich das jetzt mache. Ich renne mal ein bisschen in den Norden. Und schau und hoffe, dass ich eventuell nette Leute und PvP-Leute treffe. Da haben wir doch Bock drauf. Liebst du allein, Vengie? Ähm, Mitbewohner. Da ich Student bin in einer WG. Zweier WG. Ich habe noch einen Mitbewohner. Der ist... Oh, vor mir ist einer. Shit, 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 shit. Alkares, hey. Hey, Typ. I'm looking for friends. Hello. You wanna be my friend? Hey, no problem, you come. Hey, you're from Germany, right? From, right. Ah, cool. Ähm, ja, ich auch. Wo wolltest du gerade hin? Du läufst wieder runter. Ich wollte in den Norden. Mit einem Freund. Thank you. Dann, dann komme... Nochmal, was hast du gerade gesagt? Ich sagte, du siehst aus, als würdest du wieder runterlaufen. Ich wollte eigentlich in den Norden, Nordwesten, mit einem Freund. Du kannst mein Freund sein. Willst du mein Freund sein? Mit einem Freund? Ja, also mit dir. Du darfst mein Freund sein. Ich suche Freunde. Da stöhnt er. Er will nicht mein Freund sein. Du kannst auch sagen, wenn du nicht mein Freund sein willst. Mann, ich will dich nicht zwingen. Ist das schon okay? Nee, 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 nee. Weißt du, warum ich gestöhnt habe? Nein, warum? Weil mir deine Stimme so saugeil bekannt vorkommt. Saugeil bekannt? Ja. Okay. Wieder mal, wo dich dich schaut. Ich bin Sarazar. Hi. Möchtest du mit mir mitgehen? Du bist Vengard. Nee, du bist Vengard. Vielleicht. Hey, dachte ich. Schieb mich da gut mal in den Dreierkanal rein. Vielleicht bin ich auch Kronk. Möchtest du mitmachen? Okay. Ja, ich würde gerne mitmachen. Geil. Du hast ja auch eine Schottie, ne? Du hast dieselbe wie ich. Wahnsinn. Wir sind wie Brüder. Ich habe aber nur vier Extraschuss. Hast du noch so zwei, drei, vier irgendwie? Zwei, drei, vier Kugeln? Aber nur, wenn du die wirklich übrig hast? Ja, klar. Egal. Egal. Und wohin führt dich dein Weg, einsamer Wanderer? Eins, zwei, drei. Moment. Ja, lass einfach so ein paar droppen irgendwie. Habt ihr ein paar getroppt? Ja, er hat mich erkannt. Da kann ich nichts... Oh, so viel. Danke, Mann. Danke, mein Freund. Ich habe genug davon. Meinst du, wenn wir so zwei Minuten warten, kommt hier jemand? Nee, die Verfahrung habe ich nicht gemacht. Erkannt in Daisy nur. Echt nicht? Ihr macht alle nie die Erfahrung? Ich habe das schon öfter mal gesehen, dass die Leute vorbeiliefen, so. Ja, das ist schon klar. Aber ich sage mal, auch wenn ich mal irgendwo mal verharrt habe, fünf Minuten oder so. Aber da kam nie einer, das meine ich damit. Oh, Kontakt. Kontakt, außerhalb Kirche. Bist du das? Auf der Mauer, genau auf der Rückseite. Hallo? Genau hier, wo ich hingucke. Hallo? Scheiße, ich habe den jetzt nicht gesehen. Oh, da hinten. Da hinten rennt jemand übers Feld. Hast du den gesehen? Der leckt aber mega rum. Der leckt immer so vor und zurück und so. Von wegen her kommt keiner. Ich habe doch gesagt, warte ein, zwei Minuten. Dem Vanguard will mal wieder keiner glauben, ne? Obwohl er immer recht hat. Mann, Mann, Mann. Aber du hast ihn gesehen, ne? Ja, ja, jetzt gerade. Aber der war da ganz hinten schon. Vielleicht flankiert der uns gleich oder so. Die Scheiße ist, wir liegen tiefer. Wenn der eine Mosin hat, dann kann der uns wegsnipern. Wir sollten ein bisschen mal weiter. Zumindest hier hin, dass wir nicht direkt gesnipert werden. Ja, ich glaube, der ist irgendwie so Richtung Airfield. Aber der hat uns gesehen auf jeden Fall, ne? Du hast ja auch geredet, als er uns auf jeden Fall gesehen hat. Ja. Hier ist auf jeden Fall so ein bisschen so Richtung Airfield. Ist er unterwegs. Schade. Hacker Bambus. Das ist kein Hacker. Wenn die Leute so rumlecken, ist das einfach mega leck. Und das ist das, was ich an DayZ auch mit so am meisten kritisieren muss. Diese scheiß Lacks. Weil du zielst auf jemanden, schießt, bam, plötzlich ist der woanders. Das hat schon so oft gute Szenen versaut. Das ist echt unglaublich. Das ist dann immer das, wo man vor jemandem wegrennt. Schon seit zwei Sekunden hinter der Mauer ist. Und, oh nein. Ich springe doch einfach. Und dann plötzlich stirbt. Das ist dann immer aus diesem Grund. Wegen diesen scheiß Lacks. Ja, keine Ahnung. Der ist irgendwo in den Büschen, du. Den wieder zu sehen, wird ein bisschen schwierig. Ich gehe trotzdem mal ein bisschen voran. Der hat ja dieselben Probleme wie wir so ungefähr. Wenn ich so ein bisschen hier hinter bleibe. Einen Abhang. Habe ich zwar keine Deckung. Aber für den ist das schwieriger, mich zu sehen. Und wenn wir Glück haben, sehen wir den rumrennen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der zum Airfield gerannt ist. Wow, wow. Vor mir, vor mir. Vor mir. Ja, wieso läuft der weiter? Ist der bekloppt oder so? Ich glaube, ich habe ihm die Beine gebrochen. Wo ist der Typ? AK. Da hinten rennt der. Da hinten sind die. Da ist ein Zombie hinter sich. Oh Gott. Oh Gott. Freund. Der kriegt mich hier. Die sind drei. Das sind drei, mein Freund. Drei. Und meine Beine sind gebrochen. Oh Gott. Boah, wenn jetzt meine Beine nicht gebrochen. Wäre das schon ein bisschen cooler. Das ist echt semi-cool hier. Mit den Beinen. Aber ich habe ihn auch stillen hören. Ich dachte, ich hätte ihm die Beine gebrochen. So immerhin. Scheiße. Da. Da, wo ist der? Irgendwo vor mir. Da. Ich habe ihn wieder gesehen. Pisser. Komm her, du mit deiner scheißer K. Ich kriege ich noch. Man kann nicht durch die Bäume so gut schießen. Das ist die Scheiße. Dass wir überhaupt noch leben, ist ein Wunder. Malerweise müssten wir sowas von tot sein. Der ist irgendwo vor mir. Die splitten da die ganze Zeit. Ist mein Kollege schon tot? Ein bisschen Hilfe wäre er angebracht. Der ist irgendwo dahinter. Ich kann ihn nicht sehen. Da. Ist das mein Kollege? Oder nicht? Das ist nicht mein Kollege. Oder? Oder? Irgendwen habe ich. Da, 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 da. Shit. Das ist der Zweite. Irgendwen habe ich da gekriegt. Ich glaube nicht, das ist mein Kollege. Weil der war zu... Oh, da hinten rennt einer. Das ist mein Kollege. Der hat die Weste. Wo sind die anderen? Hier habe ich irgendwen. Da. Den habe ich gekillt. Fuck. Ich kann da nicht hin. Ich kann da nicht hin. Weil da drei waren. SKS. SKS. Das ist nicht unser Freund. Ah, ich habe nichts. Ich habe nichts, um meine Beine zu reparieren. Nichts. Wir gucken mal, was der hat. Da ist noch einer drin. Down. Wir haben ihn auch. Aber hier war noch einer. Noch einer. Fuck, 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 fuck. Der hat die Mosin. Wir nehmen uns die Mosin. Give me the Mosin. Und dann brauche ich was für meine Rüstung. Schnell. Mach hin. Mach hin. Ich kann gerade nicht gucken. Er nimmt es nicht. Ah. Ah. Scheiße, wo ist die? Give mir die Mosin. Wo ist die fucking Mosin hin? Oh mein Gott. Da ist die Mosin. Hier war sie. Da muss ich mir schnell was machen für die Beine. Gib mir noch die Muni. Und den Speedloader. Und die Weste. Oh, schnell weg, ey. Ding ist drauf. Fuck, ich hoffe, ich habe jetzt nur nicht meinen Kollegen abgeballert. Das wäre echt mega scheiße. Aber ich konnte leider nichts sehen und konnte nicht das Risiko eingehen. Fucking hell. Ist sowas für TeamSpeak halt geil, aber ich kann nicht fragen. Hey, bist du das? Deshalb hoffe ich jetzt einfach mal. Oh, ich bliebe. Scheiße. Hier waren aber mehr. Ich habe noch ein SKS gehört. Hier war 100 Pro noch ein SKS-Singo. Schnell. So. Machen wir mal Zuring runter. Fucking hell. Dass meine Beine gebrochen sind. Ich kann ja nicht mal wegrennen. Das ist die größte Scheiße hier dran. Oh, Schiss auf mich. Oh, fuck. Der hat mich auf jeden Fall gesehen. Hier kam ein Schuss an. Jetzt weiß ich nur nicht von wo. Weil es keinen Ton gab. Ich dachte, da hinten wäre einer gerannt. Wieso leben wir noch? Wieso leben wir noch? Oh, 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 oh. Da hinten rennt einer. Ziel doch. Fucking hell. Der geht nicht in die Hocke. Bleib doch einfach in der Hocke. Oh, mein Gott. Wir hätten ihn doch killen können, ey. Oh, Gott. Kann ich sehen durch den Scheißbaum. Die Blätter sind genau im Weg. Genau. Mein Gott. Kann dir hier nicht wahr sein. Zeig dich, du Fratz. Zeig dich, du Banause. Oh, nein. 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 Es ist geil. Oh. 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 Hätten wir noch den dritten gekriegt, wäre das so geil gewesen. Schade. No, versuchen wir den mit unserem Stock zu vermöbeln. Ah. Hey, Bambi. Ähm. Venga. Venga. Komm mal bitte ganz kurz. Wo? How do you know my name? Oh, da ist noch einer. Ähm. Nein, bitte nicht mit deinem Stock vermöbeln. Ich wollte kurz sagen, schöne Gute von dem Spieler von KDM. Ich bin der Master DJ. Aha, du bist also sein Freund, oder was? Oh, nein. Bitte nicht. Wer ist Venga? Wer ist Venga? Wer von euch ist Venga? Bist du Venga? Nein. Rede mal. Da haben wir gerade drei Zombies rüber. Rede mal, bist du Venga? Also. Team? Zombies. Alter, ich muss mir einen Plan B. Ich muss mir einen Plan B aussenken. Hoffentlich geht das auch. Da, da, da ist der Schocker. Lüft bei deiner Füßentüte. Venga. Okay, bei wem darf ich den mal testen? Yo, what? Ich hab den doch in der Hand. Ja. Ja, mach. Ach. Komm, ich soll es werden. Äh, irgendwie leckt das hier, Mega. Hat's geklappt? Das klappt nicht. Oh, wie doof. Ich hab mal geschlagen. Einmal, zweimal. Aber keine Ohnmächtigkeit. Ja, das ist doch für den Arsch. Ja, das ist für den Arsch. Ja, ich bin scheiß, Alter. Toll. Ich dachte, die hätten das gefixt. Weil ich hab mal einen, äh... Oh, hier ist ein Lockpick. Ich hab mal einen umgenockt damit dann. War der wahrscheinlich nur... Oh Gott, Leute, Leute. Seht ihr, was ich auch seh? Kann ich Unterschrift auf meinem Helm haben, Alter? Ja. Zeig mir deinen Helm. Ich geb dir eine Unterschrift. Komm. Hier. Hier. Lass mich dann reinritzen. Lass mich dann in deinen Helm ritzen. Du willst eine Unterschrift. Jetzt lass mich das auch in deinen Helm ritzen. Warte hier. Ich geb dir... Vanguard. Für seinen besten Freund... Maike. Okay. Da ist das Autogramm. Und jetzt kommt sein... Oh Gott, der debat. Ja. Und jetzt... Killing Spree. Killing Spree. Wer will noch ein Autogramm? Ich bin bereit. Wer will noch ein Autogramm? Willst du ein Autogramm? Willst du ein Autogramm? Friendly. Ich frag nur, ob du ein Autogramm willst. Hey. Willst du ein Autogramm? Du kriegst trotzdem eins. Oh. Du hast ein Gas. Oh. Oh. Drop das Gas. Drop das Gas. Oh ja. Oh ja. Oh. Ähm. Mach das. Füll das Ding mit dem Autogramm aus. Dann mach ich rum. Hey. Hey. Sei nicht so frech. Was? Es macht nicht Dingens. Komm. Ich geb dir ein Autogramm. Bleib doch mal stehen. Du kannst nicht von dem Autogramm wegrennen. Oh nein. Mein Freund. Was war das denn? Ich hab gar... Du warst gar nicht in meinem Blickfeld. Was war das denn für ein Scheiß? Mein Freund. Mann. Komm. Zieh dich doch nicht so. Jeder kriegt ein Autogramm von mir. Jeder. Du auch. Wieso macht das nicht... Rette. Tüm, 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 tüm. Rettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Willst du ein Autogramm in deine Brust? Willst du ein Autogramm von Wingard in deine Brust, mein Freund? Bleib nur kurz stehen. Du kriegst ein Autogramm. So, wie viele ein Autogramm wollen. Bleib stehen. Du kriegst ein Autogramm. Möchtest du es auf deine Beine? Deine Beine sehen sexy aus. Du solltest mich sie abschneiden lassen. Komm schon, mein Freund. Lass mich deine Beine abschneiden. Du läufst viel schneller ohne Beine. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen, hab ich gelagt. Komm schon. Okay, ich ritz dir auch nur in den Zeigefinger. Nur in den Zeigefinger. Komm, nur in den Zeigefinger. Jetzt bist du aber ein Spielverderber, ne? Tausend Leute wollen dich tot sehen. Also stirb. Du bist der Gladiator. Du bist der Gladiator. Nur dein Tod kann die Welt retten. Du trägst das Antigen in deinem Körper. In deinem Blut sind die Antigene. Ja, mal hab ein paar Sniper da sind. Sniper sind nicht da. Bleib stehen. Ich kann ja mal nach Snipern Ausschau halten. Dafür musst du mich nur... Deine Augen ausschneiden lassen. Gib mir deine Augen. Oh. 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 Oh, yes. Oh, nimm alles. Gut. Dein Tod ist nicht vergebens. Dein Tod ist nicht vergebens. Wie sieht der Terror-Lord. Kommt, wer will noch Ärger? Wer will Ärger haben, hä? Warte mal. Wir laden mal hier nach. Gehst du immer durch die Stadt und berührst einfach andere Menschen, Mann? Machst du sowas? Ist das bei dir so üblich? Sir Markus, hey, wir haben Spaß hier zu sehen. Ich finde allerdings, der Bad Boy passt nicht zu dir. Hey, du bist einer Joanne-Typen, der siehaut rein, Markus. Ja, aber ey, man muss facettenreich sein, ne? Ist doch immer langweilig immer dasselbe. Okay, hier, mein Freund. Du kriegst die Chainsaw. Ja, ich habe eine Waffe. Richte damit an, was du willst. Okay? Egal, wie du spielen willst, du darfst. Möchtest du mir folgen? Und wir gehen zusammen in den Norden. Klar, können wir machen. Geil, okay. Und du mit deiner Kettensäge machst das. Ich lock die in eine Falle. Rede mit denen. Oder so. Oder schieß den nur auf die Beine. Ich schieße nur auf die Beine. Versuch die zu brechen. Und dann kommst du einfach und siehst sie. Aber du musst dabei schreien. Die müssen Angst kriegen. Okay. Ja. Wir töten dich einfach nur so. Wir müssen das richtig psychopathisch machen. Richtig psychopathisch machen. Aber es ist schön, dass ich dich gefunden habe. Warte, wie heißt du? Warte, ich kenne deinen Namen noch nicht. Warte, warte. Zusammen schon Menschen massakriert und ich kenne noch nicht mal deinen Namen. Okay. Ich nenne dich... Ah, du kannst mich nicht. Ich nenne dich Darius. Darius? Darf ich Darius nennen? Oh, okay. Ich glaube, Darius passt zu dir. Experimental schon auf 056. Ich glaube, die Experimental ist noch gar nicht raus, oder? Okay. Darius. Oh, ich gucke nochmal hier. So ein kleines bisschen was finden. Das heilige Schwert. Das heilige Schwert. Mach einen auf den Ritter. Ja, Schwerter. Seit meinem Chaos Part. Ich werde nie wieder ein Schwert anrühren. Man hat ja gesehen in meinem Chaos Part, wie schwach das ist. Wie oft habe ich den Typ mit dem Schwert erwischt? Fünfmal bestimmt. Ohne Witz jetzt. Ich habe den noch fünfmal erwischt. Und der war einfach immer noch nicht tot. Von daher. Easy Aim. Ciao. Von daher werde ich das Schwert nicht mehr... Oh, es hat Stil. Ich werde es nehmen für stilistische Zwecke. Styling. Aber ansonsten damit kämpfen. Pagliacci drei Euro. Psycho-Wengard. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wird mal wieder Zeit für eine Bandit-Folge. Oder eine Psycho-Folge. Ich bin ja immer sonst der herzensgute Mensch. Ich müsste theoretisch auch mal ein bisschen was Böses machen. Demnächst. Ich gehe ein bisschen weiter. Okay, du bist da schon. Ich bin da. Okay, Vertrauensübung. Ich muss mal einmal essen. Okay? Ich esse hier. Okay. Und hier kommen höchstens Leute, die mich unboxen wollen. Dann kannst du dir jetzt ein Segen. Ich werde dich beschützen. Wow, du bist echt ein Freund, auf den ich verlasse. Endlich. So was ist selten. Gut siehst du aus. Du machst das auf jeden Fall gut. Danke. Also wäre ich nicht hetero, dann wüsste ich auf jeden Fall, ich würde mein Herz an dich verlieren, sag ich mal so. Aber leider, leider nicht. Leider bin ich hetero. Schade. Jetzt müssen wir das irgendwie so machen. So freundschaftlich. Cool Boy, hi. Ja, wir kriegen das schon hin. Ey, den Mix liebe ich ja. Clemi, ich lebe das auch. Hallo. Do you have fun? Hast du eventuell was zu bandagieren vielleicht? Okay, ja. Ich hab was. Ich hab was zu bandagieren. Ja. Warte. Da. Vier Racks. Das muss reichen. Dankeschön. Hast du sie? Okay. Willst du dich uns anschließen? Ja, dankeschön. Opfergabe. Opfergabe. Ah. Du wurdest geopfert für den Gott Zionidas. Tut mir leid. Für Zionidas. Tut mir leid, Master DJ. Das war Master DJ. Wir haben jetzt was zum Essen. Für Zionidas. Okay, ich nehme ihn. Zionidas. Wir brauchen ein Gebet für Zionidas. Zionidas. Okay. El Sacrifiquium Pontes. Zionidas. El Sacrifiquium Pontes. Das ist jetzt unser Gebet. Wir sind jetzt ein richtiger. Wir sind jetzt ein richtiger Squad. Wir werden bald bekannt auf diesem Server. Die Leute werden uns fürchten. Die sagen, oh mein Gott, Zionidas. Hier brauchst du ein bisschen was. Mein Freund. Ja, richtig. Komm, dir gehört schon mindestens die Hälfte dieses Menschen. Darius ist nicht der beste Opferpriester, wenn er sich entschuldigt, weil er seine Daten hat. Du darfst dich nicht entschuldigen nach deinen Taten, okay? Wir machen das für Zionidas. Die Welt würde kaputt gehen, wenn wir Zionidas keine Opfergaben bringen. Wir machen das, um die Welt zu retten, okay? Okay? Gut. Ohne uns wird die Welt schon kaputt. Zionidas. Er lebt hinter der Sonne. Er lebt hinter der Sonne und beobachtet die Menschen. Und wenn er nicht genug Opfergaben gibt, dann wird er die Welt zerstören. Die Pflanzen werden brennen. Das Gras wird schweben in den Lüften. Alle Eisenbahngleisen werden verbrennen und zerbarsten. Deswegen müssen wir Zionidas ein bisschen unter Kontrolle behalten. Okay? Du bist jetzt auch ein Priester Zionidas. Theoretisch müsste ich dich... Warte mal. Okay. Okay, warte, warte. Ich muss dich theoretisch... Oh, das wollte ich gar nicht. Der kniet sich einfach hin, der Typ. Eigentlich wollte ich nur F2 drücken im Stehen. Macht er nicht. Ich will dich nämlich taufen auf Zionidas. Okay. Warte. Nimm das in die Hand. Okay. Hier, jetzt musst du... Wo ist denn die Banane aus meiner Hand? So, du musst jetzt an der Banane einmal kurz lutschen. Für Zionidas. Ja, Moment. Oh, sie ist weg. Nicht so gierig. Nicht so gierig. So. Einmal dran. Ja, gut. Für Zionidas. Jetzt bist du geweiht. Geweihter Priester Zionidas. Ja. Er leckt nur. Hey. Spring auch mal. Vielleicht leckt... Oh, hinter uns. Wo kommt der denn her? Der war gerade noch nicht da. Renn. Hey. Was ist... Wo kommt der denn her, der Typ? Ich kann meine Waffe nicht nehmen. Oh, oh. Für Zionidas. Für Zionidas. Was wird das hier? Alles leckt rum. Oh, Gott. Oh, nein. Ist der, der ist tot, oder? Der will nur nicht umfallen. Ah, ja. Es leckt. Zionidas. Ja, bei mir liegt der hier hinten. Ja, bei mir liegt der jetzt hier. Ich meine... Nein. Nichts... Nein. Bist du kacke. No. Oh, mein Gott. Jetzt hatte ich die... Jetzt hatte ich die Beer Trap in der Hand. Na. Ich kann das nicht mal abbrechen. Das war der Typ in dem... In dem Part von mir. In dem Chaos Part also immer gemacht. Das ist bei dem auch passiert. Deswegen... Hallo? Ich muss den jetzt kaputt boxen. Der hat mir zu viel Leid angetan. Oh, mein Gott. Und ich habe keine... Keine Racks. Ich muss hier nochmal zurückgehen. Kunde länger gedauert. Oh. Eine Leder-Bomberjacke. Warum habe ich die Schuhe da drin? Et. So. So sehen wir gut aus. Hallo? Hallo? Folgt mir. Schnell. Schnell. Oh, hier sind ja noch mehr. Hi. Wo ist er? Hier. Kommt schnell in den Schuppen rein. Ah, es leckt. Schnell in den Schuppen rein. Da sind wir sicher. Aber wieso... Wieso ist nicht sein Bein gebrochen? Das war eine Falle. Ja, es hat geklappt. Oh, ich sehe... Der Trick hat geklappt. Ich glaube es ja nicht. Dass einer drauf reingefallen ist. Oh, mein Gott. Ich glaube das nicht. Schnell hier rein. Schnell. Hier bist du sicher. Er ist drauf reingefallen. Oh Gott, ey. Oh. Okay, wir nehmen die wieder. Wart ab. So. Ach, was ist das denn? Ach, ihr habt noch Rinde. Hier, nimm die Rinde schon mal. Hinter dir ist ein Zombie. Hey, der Typ mit der Waffe könnte ja mal helfen. Ich rette dich. Typ mit der Waffe. Ich bin leider selber low on blood. Ich habe selber nichts. Warte, ich... Ich kill ihn für dich. Okay. Das dauert nur zwei Minuten. Ah, da kann man ja fast schon die Faust nehmen. Er trifft ja mega kacke, der Stein. Ah, tot ist er. So. So, warte. Warte, ich gebe einen Strauch. Ich muss nur einen Strauch finden. X. Da lieg ich da. Hast du? Ey, warte mal. Meint ihr, da fällt da jetzt nochmal drauf rein? Boah, das wäre doch lustig. Komm, wir probieren das nochmal. Scheiße, legt. Habt ihr gesehen, wo die hin sind? Jetzt. Gehen bestimmt den Berg hoch oder so. Oh shit, Akas. Die haben den Zombie abgeschossen. Kommt raus, Freunde. Warte mal, die gehören doch wohl zu uns, oder? Oh oh. Ich dachte, die gehören zu uns. Ich wollte hingehen. Ich wollte hingehen, weil ich dachte, die gehören zu uns. Wo siehst du den denn? Ach, da unten. Nee, das ist ein Bambi. Da ist keiner von denen. Fuck. Jetzt stehe ich so richtig kacke. Oh, ich hasse mein Leben, ey. Schotti. Die sagen aber auch nix, ne? Ey, mal so ein paar Wörter sagen so, wo du den gesehen hast, ob du den gekillt hast. So was wäre ganz nice. Oh Gott, ey. Weg, Renner, ist hier. Moin. Ja, wir haben vorhin Samantha getroffen. Renny. Ey, Leute. Wie wär's mal mit ein bisschen was angeben hier? Angaben, Angaben. Der Typ schießt, aber sagt gar nichts. Und wenn die jetzt auf dem Berg sind mit einer guten Waffe, haben wir ein Problem. Ah. Okay, ich geh ein bisschen rum. Oh shit, okay, der ist noch in der Stadt. Wo sieht der den? Kann der mal was sagen? Oh, ey. Der schießt einfach. Ich renne da jetzt gleich nämlich rein, weißt du? Weil der irgendwo vor mir ist und der mir das nicht sagt. Halunke. Rede mit mir. Wir bleiben bald hier. Vielleicht schießt der ja dann nur auf den, äh, auf den Sniper. Und wir gucken einfach, dass ihm keiner zu nah kommt. Alter, das ist doch direkt vor mir, aber ich seh das nicht. Kannst du mal sagen, wo du den siehst? Wie sie einfach ruhig sind so. Okay, dann nicht. Teamplay wird eh überbewertet. Warum sollten, warum sollten ruhig alle wissen, wo der ist? Ach, er kann ja gar nicht sprechen, ne? Schmitti konnte ja gar nicht sprechen. Das da vorne ist unser Kollege, der dann Busch ist. Ja, das ist unser Kollege. Wenn ich jetzt sehe, wo der hin zielt, wüsste ich ja, wo der ist. Jetzt zählt er aber nicht mehr. Ja, wisst ihr jetzt, wo der ist? Ne. Ah, jetzt hab ich nur Ne geschrieben. Ich hab jetzt nur Ne gelesen. Ich weiß jetzt nicht, was die Antwort war. Jetzt hat er geschrieben Ne. Ach so, siehst du ihn, oder was? Ich geh mal weiter vor. Ich hab hier oben irgendwo ne Shotgun gehört. Vor ein paar Sekunden. Oder hab ich mich da verhört? Wenn wir jetzt wüssten, was die anderen noch für Waffen hätten. Guck mal, hier bin ich doch recht gut geschützt. Außer wenn der... Warte, 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 warte. Das ist ne andere Waffe. Getroffen. Okay, auf jeden Fall getroffen. Oh, der hat sogar ne AK. Wo ist denn der? Shit, 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 shit. Ist der auf einmal einfach unter dem so? What? Hab ihn. Ich glaub, der ist tot. Der wurde von der SKS gekillt. Äh, von der AK. Aber ich mein, ich hab die AK erwischt. Hab zweimal Blutspritzer gesehen. Ich hab ihn nur nicht so wirklich down gehen sehen. Aber ich seh den auch nicht mehr irgendwie dahinter. Hocken oder so. Scheiß Sonne. Ich seh keine Bewegung. Vielleicht ist der down. Ja, der Kollege ist schon da. Das ist doch der Schmitty hier, ne? Ich vermute jetzt einfach mal, dass er Schmitty ist. Wat? Wat? Wieso ist die leer? Ich hab die doch gerade nachge... Wieso hat der denn nur eine... Lädt der nur eine Muni nach? Ist der behindert oder was im Kopf? Hab ich doch nicht auf Chamber geklickt. Muss ich aber erstmal gucken, ob der AK-Typ nicht neu ist. Das ist unser Kollege. Oh, hier liegt einer tot noch. Hier schießt der hin. Wat hat er denn für ne Waffe hier? Jemand schalgedämpft ist. MP5. Auch nice. Wow, und so viel Muni dafür. Krass. Das ist immer noch unser Kollege Schmitty. Das ist die Scheiße, wenn man kein Team-Speak hat, ne? Ich vertraue einfach, dass er da ist, weil er hatte ja die Rüstung. Ah doch, der Typ lag hier. Haben wir den doch erwischt. Ja, hier, das war der. Nice, haben wir den doch erwischt. Ich bin das hier, Schmitty. Schmitty? Ich bin das hier, ja? Hier. Der mit dem blauen Rucksack. Das bin ich. Oh, da hinten ist einer. Du holst den, ja? Ich nehme mir mal die AK von dem. Wir killen ja nicht umsonst einen. Ah nein, das ist ja noch nicht geheitet, ne? Nein, da ist die AK. Nice. Give me. Give me. Ja, die haben alle so viele Waffen noch. Ich hab gar nicht auf dich geschossen. Wenn du nicht willst, dass man auf dich schießt, sag Bescheid. Was hat der noch so? Balaklava. Nehmen wir auch mit. Und das hier. Muni. Weg damit. Hallo. Hi. Ich nehme mir nur ein paar Sachen hier so raus, ja? Was ich so brauche. Brauchst du auch noch was? Oh, jetzt habe ich hier meine AK. Ich muss nur gleich einmal nachladen. Guck mal, die haben wir doch gut geholt. Ja, komm hier hin. Mit erhobenen Armen und am besten friendly Vanguard rufen. Dann weiß ich wenigstens, ob ihr dazugehört. Sonst weiß ich das ja nicht. Hier liegt noch richtig viel Loot für jemanden von euch. Warte mal, was ist denn das hier? Eine Zucchini, was man nicht erkennt, ne? Ruined. Das werden wir gleich einmal. Äh, ne, ich brauche nur AK-Money. Ich brauche nur AK-Money. Wartet mal. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Nicht die. Ich kann hier gerade nichts droppen und so. Das ist furchtbar, ey. So. Okay. Jetzt haben wir wenigstens eine volle AK. Jo, hier. Oh mein Gott. Oh Gott. Falls wir Richtung Elektro gehen. Ich bin von Elektro gekommen. Das sind viele M4-Schützen. Und ich habe noch einen... Oh, dann gehen wir da hin. Au. Hier ist übrigens ein M4, äh, ein MP5 drin. Einen MP5 draus. Die ist vielleicht besser als deine Shotgun. Hey, wir lieben dich auch. Warte, nimm dir auch noch irgendeine Waffe. Kannst du dem dann deine Shotgun droppen oder so? Damit wir alle eine Waffe haben. Damit wir eine große, böse Familie sind. Eine gefährliche. Alles ruiniert. Oh, der hat nach K-Drum, Meg. Shit. Ich möchte jemanden mit meinem Shotgun haben. Ich möchte mit der M4 spielen. Ja, gib sie hier, der nix hat von uns. Oh, der alles mithat, ey. Aber nur so ein Dreck. Wir haben ja alle was hier. Okay, wenn wir alle was haben, dann gut. Ey, kannst du Hintergrundmusik bitte ausmachen? Danke. Das ist nämlich sonst nur mega nervig. Sorry? Dann Hintergrundmusik ausmachen, weil das sonst mega nervt. Da hinten ist einer. Gehört der zu uns? Ich hab ihn mal, äh, gekillt. Ich wusste nicht, ob der zu uns gehört. Ich weiß, er war gemein. War nicht gemein. Der looted sich die Waffen nachher. Er killt uns. Und irgendwo am grünen Haus lief noch einer lang. Ich meine, ich hab da gerade was gesehen. Hello? Oh, hier liegt ein toter Bambi. Vielleicht ist da in der Polizei drin. Ah ja, in der Polizei ist die Tür zu. Polizei ist die Tür zu. Ich glaub, der ist in die Polizei gegangen. Ja, ein bisschen. Aber nicht so schlimm wie die anderen. Wenn ich ehrlich bin. Dude! Oh, da hinten rennt der. Die Straße. Hello? Hat der was? Der gehört aber nicht zu uns, wenn er in die falsche Richtung. Nee, nee. Aber der rennt weg. Du hast die Mosin, oder? Kannst du den wegsnipern? Schaffst du das? Das wär geil. Dann sehen ich viele Leute, wie geil du bist. Ah, jetzt ist der weg. Der ist schon hinter Bäumen verschwunden. Zu spät. Ey, wir rennen einfach weiter und gucken, ob der uns verfolgt. Wenn der uns verfolgt, können wir den eh immer noch kriegen. Die Munition hat der Schaffgang gemacht. Habt ihr übrigens noch... Ich lasse hier liegen, wenn sie jemanden nehmen will. Ja, ja. Aber habt ihr noch AK-74-Munition? Ich hab die rausgenommen, falls sie sich jemand anderes schnappen sollte, der nicht dazugehört. Ja, gut. Habt ihr noch AK-74-Muni? Also diese graue? Fünf Millimeter? Okay. Ich glaub, die hören mich manchmal nicht, weil's so leckt. Habt ihr Muni für meine AK? Diese graue 5 Millimeter? Habt ihr was dafür? Nee, also der Leichen war noch. Die er gelootet hat. Achso, ist da noch Muni? Da war eine Shotgun-Muni drin und halt für die MP5. Achso, nee, Shotgun-MP5 freundlich. Ja, weil ich hab jetzt nämlich nur... 30... Ja, ich hab 40 Schuss nur noch. Hallo. Hi. Hörst du zu uns? Ja, ne? SKS, hier. Nimm die Muni. Nimm diese Muni, mein Freund. Oder nimm die Shotgun, die. Nick S. Strong Pulse. Hier. Leckt es bei euch nicht? Doch, es leckt alles hier. Die SKS-Muni. Oder ist sie jetzt verpackt? Ich hab meine Grafik. Die arbeiten ja an der Leichen. Ja, der sie... Ja, eben. Der sie hat eh schon immer krass geleckt. Und im Moment ist das noch viel schlimmer geworden. Irgendwie. Du kannst ja fast schon knicken momentan. Yo, yo, yo. Wer ist denn jetzt da hinter der Wand? Hallo? Ah, ja. Hi. Hello. You're with us, right? Du bist mit uns hier unterwegs, ja? Ich kann Deutsch. Okay. Willst du dich uns anschließen? Ja, würde ich gerne. Alles klar. Komm, wir gehen nach Elektro. Jetzt hätte ich gern ein paar Autos und würde in den Norden fahren, wisst ihr? Aber jetzt in den Norden zu laufen, ist wieder so... Dauert wieder so lang. Genau, lass doch hoch in den Norden laufen. Ja, aber es dauert ewig. Boah, du ruckelst hier rum, Wenger. Das ist ein Glaubens. Ja, bei mir ruckeln aber alle rum. Das ist voll kacke hier. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss nur nach hinten gucken und irgendwie... Einer leckt da 100 Meter weiter hinten rum. Also würde ich jetzt eine Aufnahme starten, dann würde ich halt einfach in den Norden gehen, ne? Um da gutes PvP zu haben. Weil die Scheiße ist hier, in den Anfangsstätten kriegt man kein geiles PvP hin. Aber ich will im Stream nicht nach da hinten laufen, bis in den Norden, weil das einfach zu lange dauert und man dann wieder eine halbe Stunde nix hat. Oder mehr sogar. Einfach dann wieder kein gutes Material. Und das ist dann immer scheiße. Ey, Wenger, kannst du mir Sardin drücken? Äh, klar. Wer will? Wer will denn? Ja, das liegt da. Ich wurde angeschossen ein paar Mal. Wer von euch? Könnt ihr mal hier so? Wer will das zählein? Ah, du. Okay. Ich grüße mal den Stream von mir. Okay. Ey, der Letzte, der gesagt hat... Der Letzte, der gesagt hat... Der Letzte, der gesagt hat, drück mir was, hat mich gekillt. Als ich mir was geben wollte. Dieses drück mir was. Gute Nacht, wunderschöner Allen-Drama. Den haben wir gerade schon gesehen. Okay. Ähm. Wo ist das? Hier, okay. Ich geb dir das jetzt. Okay. Ihr, Leute. Ihr zählt mit eurer Waffe auf dem Typen jetzt hier. Den ich da zählein gebe. Wenn irgendwas mit mir passiert, dann schießt ihr den ab. Hat jemand was verändern? Ich mach gar nichts. Keine Angst. King Vanya, adios. Okay, wenn es jetzt nicht geht, dann liegt das wieder daran, dass das Server so leckt. Bist du mein Vorbild? Bin ich erschossen, dass du Streaming an kannst, dass du mich so motiviert hast. Ähm. Alle. Ah, du hast, du hast dich bewegt. Du hast dich bewegt. Nochmal. Geht's jetzt nochmal? Ich kann's dir... Moment jetzt. Nicht bewegen. Ja, bleib mal ganz ruhig. Was ist denn? Ich werd hier... Oh Gott, dieser Scheiß-Server. So, jetzt. Warte mal, warte mal. Ah, jetzt kommt er. Wegrenner. Hat jemand was zu essen lieber? Machen wir mal zum Model. Und vielleicht nachher noch mehr. Okay, jetzt müsste es gehen. Hoffe ich. Geht's? Ja. Nice. Schön. Freut mich, dass das... Wie, hier ist jemand tot umgefallen? Wieso kippen hier einfach Leute tot um? Oh, da ist jemand. Noch ein Bambi. Hinter euch. Aber der gehört zu uns, ne? Der zielt auf euch. Der zielt auf euch. Oh, der ist immer tot. Wenn er das jetzt nicht so lecken würde. Aber der Typ muss tot sein, oder? Der hat mich doch viermal erwischt. Warte. Er kriegt doch einen Kamishovo. Mit der SKS. Der hat halt von hinten auf euch gezielt. Boah, das ist so ein Gelegge hier. Das sind ja krasse Disting-Kämpfe hier. Was ein Scheiß. Wow, wow, der hat ihn erwischt. Holy shit. Wo ist denn der? Da hinten. Ist das ein Hacker, oder was? Wie kann der alle holen hier? Ey, keine Ahnung. Der Typ ist da hinten. Ich habe aber auch drei, vier Mal auf den geschossen. Ich habe ihn wieder erwischt. Er ist down. Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Er ist da hinten down. Ich glaube nicht, dass das ein Hacker ist, allerdings. Ich nehme mir mal den vier. Aber ich habe ihn. Ich lege ihn hier oben. Nehmen wir mal die Dingens weg. Das kannst du nicht fixen. Ne, das ist krass, ne? Wow, der hat sogar die Balakla war. Alter, Falter. Du kriegst das nachher auch zurück, okay? Komm einfach wieder zu uns. Scheiße, das ist alles ruined. Alle Magazine. Kein Ding. Der Typ ist tot. Most im Schuss habe ich gehört. Okay, mal gucken, was ist mit dir hier? Du hockst hier einfach so ganz gechillt rum, oder was? Oh, shit, 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 shit. Leute, 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 Leute. Habt ihr eine Bandage? Der Typ lebt noch. Bei mir ist alles ruiniert. Fuck. Alleiner von euch eine Bandage? Ich habe keine Bandage. Der Easy. Könntest du mal bandagieren? Ja, dann save mal kurz hier, bitte. Ja, ja, ich gehe mal zu dem Typen, den ich vorhin gekillt habe. Keine Ahnung, was der da wollte. Der hat echt viele geholt. Der Typ war gut mit der SKS hier. Holt der da zwei Leute? Das war schon ziemlich nice. Guck mal, hier liegt er. Jetzt kriege ich ja natürlich nicht mehr... Oh, hier waren zwei. AK ist das. Wow, 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 wow. Noch jemand hier? Hinten am Berg? Oh, shit. Wo war denn der? Wo ist denn der Typ? Ich habe keine Bandage. Simon, gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht, auch dir. Yo, hier. Ich brauche mal Hilfe. Ich muss mich bandagieren. Der Typ ist da irgendwo am Berg oder Polizei oder so. Hast du einen Splint zufällig? Polizei oder Berg? Auf der gegenüberliegenden Seite. Hätte ich mal nicht geguckt, ey. Hast du einen Splint zufällig? Oder Morphium? Boah, wie slick. Ich kann dir einen Splint zufällig. Ich kann dir einen Stock hacken. Irgendwo da hinten an dem Berg muss der gewesen sein. Oh, der macht mir einen Splint. Warum geht der so weit? Hier vorne sind doch Büsche. Warum geht der so weit weg? Wow, 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 wow. Okay, du bist Schmidi, ne? Ja. Ey, da oben auf dem Berg irgendwo ist ein Sniper. Irgendwo in der Richtung. Hast du einen Splint? Hast du einen Splint oder irgendwie einen Morphium-Stick? Ey, passt auf, dass der uns jetzt nicht alle mit einer Granate wegholt. Ja, ich hab nur leider auch... Da wir einen Stock hingelegt haben. Ja, danke, danke. Danke. Pass auf, dass der uns nicht wegholt jetzt irgendwie. Der kann auch zum, ähm... Zum Hafen könnte der theoretisch auch hin. Keine Ahnung, wo der war. Keine Ahnung. Das hat auch... Vielleicht hat er es auch geleckt und der ist ganz woanders. Aber es klang so nach Berg oder, äh, Polizei. Ja, gut, er beschießt uns jetzt ja aber nicht, also muss er irgendwo in die Richtung sein. Äh, da ist einer in die Richtung, wo ich gucke. Irgendwo da hinter dem Haus ist einer. Oh, die scheiße Sonne. Keine Ahnung, ob der zu uns gehört. Da, wo ich hingucke irgendwo. Müsste mal drauf achten. Oh, es ist mir zu gefährlich, hier überall, mir einen Splint rein... Einen Splint zu geben. Holy shit. Ich hab... Ja. Und alle vom Stream zum Teil. Ja, da hinten lief auf jeden Fall jemand lang. Keine Ahnung, ob der jetzt zu uns gehört oder nicht. Wo ist denn mein Splint? Oh, es hat nicht geklappt. Ich krieg die Krise. Jetzt geht wieder die Scheiße los, dass das mit dem Splint machen nicht klappt. Receiving. Ist der Server down? Oh, komm schon! No! Hört ihr mich noch? Ist der Server für euch auch down? Ja, ich kann auch nichts mehr machen. Bei mir ist alles down. Ich glaub, der Server ist down. Fuck. Aber das ist Public. Wir gehen einfach auf einen anderen Public-Server, ja? Die Pro sehen aus wie ein Hampelmann irgendwie. Blau und grün. Wie so ein... Boah, ich hasse es. Ich spring nicht mehr. Spring doch einfach normal und hock dich nicht immer hin. Immer die... Immer die Scheiße. In geheimer Mission, den hinst du nicht, wenn man dich kennt, nicht so schlau. Der Server ist voll. Da werden eh nicht viele nachkommen. Und das ist ja jetzt egal. Ich hab jetzt den Server immer genannt. Okay, ich kann sogar die Serverliste zeigen. Wow! Schon Schüsse auf mich. What? What? Ey, snipet mal nicht so krass hier rum. Im Stream. Leute. Wow. Musst du böse sein auch noch direkt zu mir so? Muss das sein, mein Freund. Ich hab doch keine Leben. Komm. Lass mich erst mal wegrennen. Und dann komm später wieder, ja? Wenn ich volle Leben hab. Kann ich gerade nicht gebrauchen hier. Den Scheiß. Ich weiß, wo der ist. Der ist da hinten am Fluss. Die Scheiße ist, jetzt hat der Stream auch schon wieder aufgeholt. Ach Gott, ey. Der ist so unglaublich Scheiße mit dem Stream. Wir müssen ganz vorsichtig spielen. Oh Gott, hier komm ich gar nicht durch. Das war vielleicht ne Scheißidee. Aber ich will jetzt auch nicht das Wild abdecken so. Wisst ihr? Fuckin' Stream-Sniper. Stream gucken und dann ballern. Richtige Scheißtaktik so. So, einfach. Hab ihn. Hab ihn trotzdem gekillt. Und den anderen auch? Wo ist der zweite? Der eine ist auf jeden Fall tot. Scheiß Stream-Sniper. Fuck you, Stream-Sniper. Ihr könnt quasi eure Wallhacks anhaben. Bringt euch auch nix. Wenn ihr Scheiße seid. Fuckin' Hell. 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 Fuckin' Hell.